bevor sie ans gerät gegangen ist vor daniela sie lieber schatte dagmar kersten aus der ddr liegt derzeit an neunter position zu ihren stärken zählt ja unter anderem auch der stufenbaren riesen felgen vor dem abgang auch ein unterschwung salto mit halber drehung nicht ganz zum stand gebracht aber dennoch eine ordentliche übung man muss ja den ddr mädchen gratulieren sie haben eine hervorragende leistung im mannschaftskampf gebracht wenn man davon ausgeht dass martina jens sich am tag vor diesem mannschaftskampf am fuß verletzt hat und überhaupt nicht hat mit turnen können und die ddr turnerinnen haben dennoch eine ausgezeichnete leistung erbracht und den dritten platz wenn auch etwas wie vorhin schon angeklungen mit hilfe oder mit hilfe der amerikanerinnen die sich ja auf dem eine amerikanerin die sich auf dem podium aufgehalten hat ja dagmar kersten scheint nicht ganz zufrieden zu sein da kommt übrigens martina jensch und redet ihr gut zu aber jetzt um diese zeit kann man auch überhaupt nicht sagen 9,9 punkte auch die wertung für dagmar kerstin und damit liegt sie derzeit an sechster stelle